Herzlich willkommen in Köln zur Anuga Foodtech 2018, der globalen Leitmesse für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Der Fokus der diesjährigen Messe liegt auf dem intelligenten Fremdkörpermanagement. Dazu präsentieren wir wirklich erstmalig auf der Messe unser Raycon D+, einem Röntgeninspektionssystem, sowie die Raycon X1, dem Einsteiger-System in diesem Bereich, die Intuity, unser Metalldetektor auf einem Varicon-System, sowie das Lebensmittel-Sortiersystem ASM Quasa. Das Röntgeninspektionssystem Raycon D+, wird zur Untersuchung von verpackten Produkten in der End-of-Line-Inspektion eingesetzt. Mit dem System können metallische und nichtmetallische Fremdkörper in Lebensmitteln detektiert und automatisch ausgeschleust werden. Unsere Kunden sichern damit die Qualität ihrer Produkte und sind in der Lage, kundenspezifische, nationale und auch internationale Sicherheitsstandards der Lebensmittelindustrie einzuhalten. Bereits in der Grundausstattung High Definition bietet das System entscheidende Mehrwerte für unsere Kunden. Zum einen sind sie damit eben in der Lage, gängige Lebensmittelstandards wie IFS oder BRC einzuhalten. Die Detektionsgenauigkeit des Systems startet applikationsabhängig bereits ab einer Fremdkörpergröße von 0,3 mm. Erhöhlte Lebensdauer der Kernkomponenten, wir bieten zum Beispiel eine 5-Jahres-Gewährleistung auf die Röntgenröhre an, und extrem hoher Bedienkomfort, das System leitet den Benutzer während der Bedienung an und unterstützt ihn durch intelligente Automatikfunktionen. Damit unsere Kunden sicher sein können, dass ihre Investition auch zukunftssicher ist, ist das System modular aufgebaut. Das erleichtert ein nachträgliches Aufrüsten auf eine Konfiguration mit Ultra High Definition oder Dual Energy, damit noch kleinere Fremdkörper oder auch weichere Fremdkörper wie zum Beispiel Knochen, Steine oder Gummi detektiert werden. Mögen Nögen 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 Nö Untertitelung des ZDF, 2020